Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bus Mechanics Simulator hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier unseren nächsten Auftrag. Die Bremsscheiben der Hinterachse müssen gewechselt werden. Das ist sehr schön. Kurze Anmerkung zur letzten Folge mit der Geisterschraube. Mir wurde sofortige Abstellung des Föllers versprochen. Mein Kommentar von Bus Game Studio, da muss ich natürlich auch gleich einen Daumen hochgeben. Das ist vorteilhaft. So, wir könnten jetzt theoretisch eigentlich jetzt hier mal in diesen Bus reingehen. Es gab ein Update und können mal gucken, ob wir die Schraube rauskriegen. Weil rausschrauben, reinschrauben, das dürfte man ja immer noch können. Wir gucken mal. So, ein bisschen Spaß muss sein. Ansonsten, wenn wir da hinten nachher das Rad runterschrauben müssen und da die Bremsscheibe rausbauen, dann müssen wir sowieso, welche Hinterachse ist die Achse? Das ist die Mitläuferachse. So, dann gehen wir hier mal rein. War ja sogar an dem Bus. Und dann gucken wir mal, ob wir die Schraube jetzt hier rauskriegen. Ah! Funktioniert! Wort gehalten! Ich bin begeistert! So! Sehr schön, gut. Dann, äh, Auftrag angucken. Ne, Auftrag angucken. Ähm, Brems... Ne, nicht anhaken, sondern angucken. So, es sind in... Ah, ist doch in der Achse drin, ne? Okay. Da müssen wir die Bremsscheiben rausholen. Könnte interessant werden. Gut. Dann, äh, lass mal los. Danke. So. Dann müssen wir hier hinten mal reinspringen. So, dann brauchen wir jetzt mal den Kameraden hier. Den müssen wir jetzt mal ganz kurz ein Stückchen vorbewegen. Geht das schneller auch? Oh, schon mal schneller hingekriegt. So, dann nehmen wir die Achse mal an hier. Warte, wo ist denn der Anheber? Der Wagen hier. Ah, ich muss sowieso abtauchen. Und durchkrauchen, weil ich muss ja vorne raus. So. Dann nehmen wir den Bus da mal hoch. Und dann schrauben wir da mal die Räder ab. Und gucken mal, wie viel wir noch alles abbauen müssen, um dann, äh, quasi... um dann quasi die Bremsscheiben rauszuschrauben. Oder abzuschrauben. Da weiß ich gar nicht, was man da alles abbauen muss hier. Wenn man so die Bremse auf jeden Fall. Wo der Rest... Weiß gar nicht, wie waren das? Ein Bremssattel konnte man, glaube ich, früher dranlassen. Also bei VW, wo ich gelernt habe. Ich konnte man, glaube ich, den Bremssattel dranlassen und hat die Scheibe so rausgekriegt. Die war dann mit einer Schraube so fixiert. Wo ich dann immer sagte so, das ist aber auch ein bisschen auf Hoffnung gebaut. Aber keine zu funktionieren, ne? Na gut, das ist ja mit den Tierbolzen. Von den Radbolzen ist es ja eh verbunden, aber... Ja, zur Fixierung man dann bloß so eine kleine Kutschenschraube da macht. Das finde ich immer sehr... Hm? Mal runter, da du Rad. So. Dann gucken wir nochmal die Radnabe. Wollen wir nicht ausbauen? Wir wollen hier die Bremsscheibe ausbauen. Das ist das Teil. Da fehlt... Ah ja, okay. Da muss einiges noch abmontiert werden. Zumindest muss auch das abmontiert werden. Was? Das muss ich abmontieren. Was muss ich denn da noch anders abmontieren? Was muss ich denn da noch anders abmontieren? Was muss ich denn vorher rausnehmen? Huch! So, warte mal. Die muss ich vorher rausnehmen? Okay. Es geht auch, dass man die da drin lassen kann. Ja, das leuchtet aber rot mit. Also, das ist so raus. Ja, gut. Ziemlich wieder stimmt. Dann haben wir auch schon jede Menge Zeugs mit dem Inventar. Jetzt könnten wir dann am Inventar mit Problemen konfrontiert werden, die wir gar nicht... Oder sind das die anderen Bolzen, die da gucken? Das ist die Bolzen, die wir noch... Das war die falsche Taste. Die Bolzen sind das, ne? Das kann ich nur nachvollziehen, wenn die Bolzen rausdrehen müssen. Falscher Knopf wieder. Oh, ja, 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 das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich kann die anderen Bolzen gleich wieder reinstecken, da. So. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil, ne? Auch wer lesen kann, ist manchmal ganz gut im Vorteil, aber, naja, gut. So. Wieder ab, falscher Knopf. Jetzt muss ich das noch rausschrauben. Brauche ich hier ein paar Bolzen für. Okay, Moment. Kein Problem. Kein Bolzen nach dem nächsten hier. Immer schön mit der Knarre. Krr, 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 krr. Rattermaxen haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Theoretisch könnte man die freischalten, aber, na. Ich möchte erst mal die komplizierten Aufträge freischalten. Und dann an den großen Aufträgen scheitern, weil ich nicht genügend Material in der Hochstasche backen kann. Aber das... Ja, das wäre fatal, ne? Aber das könnte durchaus passieren, ne? So. Okay, jetzt haben wir das ab. Was muss da noch raus? Oh, hier drin ist noch eine dicke Mutti. Da muss ich mit der Schraubenschlüssel ran. Warte mal. Kann ich hier jetzt was wechseln? Können wir jetzt Schraubenschlüssel holen? Schraubenschlüssel liegt hier natürlich nicht. Wo ist denn da Schraubenschlüssel hin? Mautschlüssel? Gibt es den echt nur hier vorne? Hä? Ach, sei denn. Gut. Na ja dann. So, fliegen wir wieder zurück. Oh. Fliegen wir wieder zurück. So, jetzt kann ich das abbauen. Eigentlich will ich ja die Bremsscheibe abbauen, ne? Das will ich abbauen und jetzt fehlt nur noch der Bremssattel. Und wenn ich den Bremssattel abbauen will, das muss ich auch abbauen. Okay. Dann müssen wir also die komplette Bremssattel nehmen. Ich könnte aber schon mal die Bolzen hier zurückstecken, ne? Oder ist das jetzt so nicht möglich? Das ist ja weg. Das Teil. Ah, sehr viel Ghost hier. So, also ich muss den Stift da rausholen. Da ist die Schelle. Dann kann ich den Stift rausholen. Dann kann ich den rausholen. Dann kann ich die Bremsbeläge rausholen. Das Inventar ist voll. So, Schrottcontainer. Wir können in den Schrottcontainer schmeißen. Das Teil. Das Teil. Das Teil. Das Teil. Das Teil. Das Teil. Und das Teil. Ja, bei den Bolzen bin ich mir nicht ganz sicher. Da brauche ich bestimmt noch welche. Hier habe ich noch einen Stoßdämpfer. Und hier habe ich noch ein anderes Relais. Na gut. Dann haben wir ein bisschen frei. Wir haben jetzt neun Plätze noch frei. Okay. Moment. Das könnte sehr, sehr, sehr unterhaltbar sein werden noch. So. Dann muss ich das hier abschrauben. Okay. Dann muss ich den abschrauben. Und da unten sind zwei Schrauben dran. Momentchen. Meine Damen, meine Herren. Wir haben hier noch zwei Schrauben. Format füllen jetzt im Bild natürlich. Am Mutti sind es unter der Scheibe. Ja. Ich auch mit. Wenn ich den jetzt so rausnehmen will, dann muss ich hier. Warte. Rauszoomen. Warte, 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 warte. Das will ich ausbauen. Da stört der noch. Und da sind denn hier Bolzen drunter. Na ja, gut. Okay. Ein Bolzen. Längere Bolzen. Da brauchen wir ein bisschen beim Ausschrauben. Aber warum ging das denn das eine mit der Ratsche jetzt nicht? Das ist doch eigentlich bloß die Weiterentwicklung des Werkzeuges oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Nicht so eine große Nuss vielleicht. So. Jetzt müsste ich den Bremssattel runterkriegen hier. Und jetzt müsste ich die Bremsscheibe rauskriegen. Die muss ich jetzt neu kaufen. Im Lager. So. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz das Lager. Kaufen wir noch eine neue Bremsscheibe. Mal gucken, ob wir das noch können. Ich hoffe. Bremsen waren ja im Lager Bremsen. Hier. Rattenhabe? Nee. Oh. Wann ich hier nicht? Doch hier. Bremsscheibe. Einige gekauft. So. Dann wollen wir die mal da anbauen. Guten Tag. Ich störe ungern. So. Dann bauen wir das mal da an. Allieren von Teilen. Bremsscheibe. Die neue. Komm, die alte. Die kann ich auch gleich entsorgen hier. Hup. So. Weg. So. Gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier in den Kameramodus. So. Dann gucken wir da mal einzeln hier zum Bauen. Mal einzeln die Teile wieder dran. Da muss dann der Sattel drauf. So. Da brauchen wir ein paar Schräubchen. Ich hole gleich die Knarre nochmal wieder. Moment. Ich hole mal die Knarre. Ich hole mal die Knarre. Die müsste da ja auch gehen. Und dann schrauben wir ein bisschen schneller. Kriegen wir das ein bisschen besser hin hier. So. Bremssattel wechseln. Noch. Na. Mal ein bisschen unkonzentriert gerade. So. Gut. Dann können wir jetzt die Bremszange rechts anbauen. Eine Bremszange ist das. Okay. Ähm. Dann können wir den anbauen. Da müssen wir jetzt hier unten erstmal die Unterlegsscheiben drunterlegen. Moment. So. Unterlegsscheibe. Muddy. Unterlegsscheibe. Muddy. Dann müssen wir hier oben noch ein bisschen dran drehen. Wobei das eher aussieht wie losdrehen. Aber vielleicht ist das ja dann fest. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das kenne ich nicht. So. Dann den da rein. Dann den da rein. Und der liegt da einfach nur so drauf. Und dann ist das gut. Hm. Okay. Polzen. Klemme. So. Hier sind keine weiteren Schrauben abgewiesen. Hier ist ein Stecker. Der liegt ein bisschen daneben. Naja. Was soll's. Ist halt so. So. Dann können wir die Radnabe wieder draufstecken. Und da können wir jetzt so ordentlich festschrauben wieder. Und. Und. den Schrauber vergessen. Zärtlich festziehen. So. Dann können wir die Bolzen. Die müssen wir jetzt hier wieder alle reinstecken. Die ich da rausgenommen habe. Sinnloserweise. Aber schön. Dass man. Ich glaube die sind reingepresst da eigentlich. Von hinten quasi so. Richtig schön mit. 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 Macht. Und mit Schmack. Das reingepresst. Damit die auch. Ja ordentlich festsitzen. Na. Wenn du von vorne die Schraube gegen ziehst. Dann drückst du die natürlich auch noch mal ordentlich fest mit. Ich hatte eben noch ein paar in der Tasche. Warum muss ich nicht nur noch hinsehen. Ah da fehlt noch einer. So. Gut. Dann haben wir den auch. Dann muss ich jetzt das. Dann muss ich aber wieder das andere Werkzeug holen. Moment. Ich fliege mal ganz gut zum anderen Werkzeug hin. Hm. Falsch geflogen. Äh. Wo war ich jetzt? Komm wieder zurück. Kann ja nicht hier aus der Garage rausfliegen. Ne. Da ist Kollision. Okay. Guck mal. Hier mal. Aber schön Oberlicht. Schönes, bestes Wetter. Draußen. Ja. Gut. Haben wir das uns auch mal angeguckt. Bringt uns jetzt nicht so viel weiter beim Reparieren der Busse. Aber naja. Wir haben es gesehen. So. Mutter ist drauf. Dann Steckachse rein. So. Dann schrauben wir die Steckachse fest. Und da holen wir uns jetzt die Knarre wieder. Die wird ein bisschen schneller. Da war ein bisschen orientierungslos. So. Wunderschön. Eine Bremse angebaut hier. Hier. Ne. Ne. Das Rad will ich hier noch nicht draufstecken. Lass mich mal hier bitteschön erstmal die Radnabe richtig festziehen. Nicht, dass wir noch Schwierigkeiten kriegen hier mit Radnabe nicht richtig fest. Und dann bittere ich ihm das Rad raus oder die Steckachse. Und oh Gottchen. Da kann ja alles mögliche passieren. So. Ein Rad drauf. Zwei Rad drauf. Dann müssen wir noch ein paar Radbolzen anziehen. Oder muttern. Eine Mutti. Beide Mutti. Dritte Mutti. Die vierte. Nummer fünf. Nummer sechs. Nummer sieben. Nummer acht. Was hätte er jetzt mal gesagt? Genau. Nummer zehn. Und. War falsch, ne? Nummer neun. Dat ist Nummer zehn. So. Gut. Alles klar. Dann sind wir auf der Seite durch. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich nicht im Inventar haben sollte? Ja, das ist das Krempel vom anderen Bus. Okay. Das darf da ruhig sitzen. So, jetzt müssen wir wieder abbauen. Und zwar. Haben wir ja schon ein bisschen geübt. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Was wir alles abbauen müssen. Ja. Ja, ich klicke doch immer bloß falsch. Ich kann doch aber auch nichts dafür. Ich kann die Kamerasensivität hier nicht einstellen, so richtig. So. So. Gut. Dann können wir jetzt, ach, das Rad können wir jetzt runternehmen. Dann können wir das hintere Rad runternehmen. Dann müssen wir jetzt hier die Steckachse abschrauben. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch denn mit Öl gefüllt ist nach hinten. Also ein Simmering drum ist. Und das ist, glaube ich, irgendwie mit Öl gefüllt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das beim AT damals? Da waren, glaube ich, auch Steckachsen für die Hinterachse drin. Und das war immer so eine elendige Sauerei, die rauszubauen. Weil quasi dieser Kanal hier drin mit Öl befüllt war. Das war... Wenn man das mal so ausdrücken darf. Ja, war das einfach. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Aber gut, es gibt ja auch Gründe, warum ich den Beruf nicht mehr ausfüge. Gut, dann können wir jetzt den hier runternehmen. Ach nee, wir müssen mal das hier oben wieder alles auseinanderbauen. Einmal alt. Bange runter. Stift raus. Das Teil ab. Katsch, Bremsbeläge ab. Bremsbelag raus. Das Ding rausgenommen. Das Ding rausgebaut. Das Ding rausgebaut. Eiern, die Schrauben kann das sein. Oder sieht das so aus? So. Ich war ja jetzt... Ach, jetzt kann ich noch ein bisschen kurz mal was erzählen. Ich war ja jetzt ein paar Tage in meiner alten Heimat bei meinen Ellis. Und hatte da ein bisschen Spaß. Mit den beiden. Aber war noch richtig lustig. Muss man wirklich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel Schränke aufgebaut, weil sie gerade renoviert haben. Also das Esszimmer haben sie neu gemacht. Und dann haben sie auch die ganzen alten Schränke, die noch von Ur-Oma, also meiner Ur-Oma waren. Die alten Schränke haben sie dann raus. Haben sich neue Schränke gekauft. Muss man aber auch sagen. Naja, qualitativ. Naja. Fragwürdig bei manchen Sachen. Was da so alles passiert ist. Aber gut. Das ist was anderes. Ähm, steh'n wir hier einmal durch. Also muss ich mal ganz kurz sehen. Achso, der Schlüssel, der ist da hinten, ne? Wenn ich jetzt brauche. Uh. So. Ich muss die doch rausziehen. Guck's dir an. Ich muss sie doch alle rausziehen. Ah ja, okay. Gut. Dann haben wir da ja vorhin nichts Falsches gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, die kann man da drinnen lassen. Aber gut. Wart Mut hat Mut, merk ich. So. Bremsscheibe raus. Neue Bremsscheibe gekauft im Lager. Da komme ich nicht hin. Mit der Kamera. So. Gut. Dann müssen wir laufen. Ich war nicht hier. Hockt. Nö. Fortschknopf. So. Brauchen wir noch eine Bremsscheibe. Dankeschön. Na, klappt nicht. Klappt nicht wie gewünscht. So. Gut. Dann gehen wir jetzt hier wieder davor und können jetzt hier alles zusammenbauen. So. Das heißt also, einmal R gedrückt. Bremsscheibe. Neu. Ähm. F5. Kameramodus ändern. So. Dann Radnabe davor. Maus entschleunigen übrigens. Ganz wichtig dabei. Sonst wird man wieder wahnsinnig. So. Ach hier haben wir jetzt den Schraubenschluss. Wollen wir mal da. Wenn wir uns die Radnabe festziehen, dann holen wir uns die Ratsche schnell. Und dann geht das hier mit der Ratsche, aber Ratshatz. So. Die Schraube hier. Achsmutter. Einfach mal davor. Und jetzt die Achse hier holt. Äh, die Ratsche. Das ist ja viel kann schon sein. Der hilft uns doch sogar nicht. Die brauchen wir. So. An die Flogen gekommen. So. Und dann können wir jetzt hier die... ...Rolzen rein drehen. Ach, den habe ich noch nicht hände. Okay. Jut, 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 jut. So. Dann können wir jetzt... ...die Radnabe drauf haben. Erstmal die Dinger hier reinstecken. So. Okay. Nee. Kreuzen. 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 Was ist das? So. Steckachse. Neigestopft. Da kann man natürlich auch auf die Schrauben achten. Also, dass man die auf Kreuz anzieht. Ich denke, das ist auch sinnvoller bei so einer Steckachse, weil die ist ja hinten, glaube ich, mit einem kleinen, ähm... Also, so eine Steckachse, die läuft ja da hinten auf so einem Schneckenradgetriebe. Ne, nicht Schneckenrad, Stirnrad, glaube ich. Oder Kegelbunt. Weiß man gar nicht. So genau, aber doch, Kegel könnte sein, ne. Wir haben ein Differenzial, so. Das ist so noch eine Kegelscheibe und dann dagegen läuft. Ja, doch. Doch, ähm... Und dann... Denke ich mal, sollte das... Jetzt ist es wieder... Das fühlt sich komisch an. So. Soll ich die Unterlegschäfte an der anderen Seite schon? Ah ja, die habe ich an der anderen Seite schon, okay. Das ist ein ungewohntes Gefühl, weil hier ist die Kamera so schnell, die Maus so schnell und hier ist sie so elendlich langsam, ne. Und jedes Mal muss ich meine Maus dann erst so wieder einen halben Kilometer von meinem Mausbett runtersetzen. Da müsst ihr unbedingt noch was machen, Jungs. Wenn das so prompt gehen würde, wie der Fehler bei der Geisterschraube, dann wäre ich ja... Dann wäre ich ja richtig begeistert. Ich sage mal, Jungs, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ne. Es könnte natürlich auch sein, dass da jede Menge Mädels bei euch arbeiten. Da will ich jetzt, äh, ne. Kein nachrichtlich, äh, oder irgendwie sagen, nee, ist das nicht so. Also ich hoffe, dass ich mit meiner Ansprache, Jungs, nicht eure Mädels sozusagen sauber fahre. Das möchte ich nicht. Dann müsste ich so sagen, ich dann hoffe, ich das dann dran denke. Immer zu sagen, Jungs und Mädels. So. Aber es ist ja in den meisten Fällen doch so, dass dann eher männliche, ähm, Mitarbeiter quasi in der Computerindustrie unterwegs sind. Ich kenne auch zwei, die, zwei Damen, die ich persönlich kennengelernt habe, mal die auch in der Programmiererszene unterwegs sind. Ah, das ist dann auch schon lange her, wo ich die kennengelernt habe. Leider konnte ich keine davon zu überzeugen, dass sie länger bei mir bleibt. Aber egal, das ist was anderes. Um vielleicht ein gemeinschaftliches Projekt umzusetzen. Was auch immer das heißen macht, natürlich. Nee, aber das ist natürlich dann so ein Mädel, was auch gerne zockt oder so. Das ist natürlich dann schon, ähm, so ein bisschen bei dem Hobby, wenn man jetzt die YouTube betrifft, ganz notwendig. Ähm, das war der falsche Knopf. Ich wollte das in den Tal gucken. Gut, ich habe nichts mehr mit dem Tal, weil man da nicht hingehört. So, und dann geht es auf sechs wieder. Jetzt sind wir dann auch ja mit normaler Mopsgeschwindigkeit, Mopsgeschwindigkeit dann unterwegs. So, dann springen wir vorne rein in die Grube. Lassen den mal wieder runter hier. Und den Kameraden. Und dann sollte eigentlich alles fertig sein an dem Auftrag. Ja, dann ist doch das schon mal gut. Also der Auftrag hat ja dann auch ein bisschen Zeit gekostet oder gedauert, aber das war ja okay. Bremsscheinwechsel ist halt eben nicht ganz so einfach. Und hier sagt er auch, wir können das Fahrzeug raus, äh, transportieren. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe und ich jetzt keine Trunk durch diesen Auftrag kriege. Das wäre portal. Aber es wurden ja nur die beiden Breisen angezeigt, ne? Bremsschein hinter einzelnen müssen gewechselt werden, da wurden nur die beiden gezeigt. Ja, 100 Punkte, also, das hätte ich ein paar mehr Punkte erwartet. Na ja, gut, egal. Macht nichts, sind es 100 Punkte auf unserem Konto. Wir haben 3900 plus den 70 für den Zustand des Fahrzeuges. Macht 3975 Punkte, die wir jetzt da haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen unter dem Abo. Ich würde auch gerne sagen, ihr könntet unter dem Video, was davor kam, mit der Geisterschraube, ähm, euch mal bedanken bei den Jungs von Lysgames oder hier drunter, äh, dass sie den Fehler so prompt behoben haben. Also, das ging ja um Probel die Katz, ne? Richtig toll. Dankeschön. In diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss.